Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play... Ach, da habe ich sogar ein Safe-Set gemacht. Let's Play Peach's Adventure. Wir sind in der letzten Folge irgendwie mit so einem... Wir haben uns so einen Stern ausgeliehen, mit dem wir irgendwo zu... Ich glaube, sind wir jetzt auf dem geheimen Schiff oder wie ist das jetzt? Hier geht auf jeden Fall eine Menge, Menge Zeugs ab. Spin Jumps werden abverlangt, Raketen hören einfach nicht auf... Oh, warte. Nee, nee, nee. Oder sind das die Goons? Also das Ding ist ja, dass der irgendwas von Goons labert und ich weiß auch nicht, was es ist. Das ist so traurig, weil für gewöhnlich weiß ich eigentlich, kenne ich meine Mario-Charaktere. Wir haben die Thrims und die Throms und die Ninjis, Koopas, Mecha-Koopas und so. Oh ja, naja, jetzt macht das auf jeden Fall so Sinn. Aber das ist natürlich krass, dass man eine Gameplay-Mechanik 85 Milliarden Mal verwenden muss. Das ist so ein bisschen trocken tatsächlich. Ich muss aber generell natürlich... Könnte das eine oder andere jetzt auf meinen Schlafzustand schieben. Also falls ich etwas aggressiver als sonst bin, nicht wundern. Wobei, geht das überhaupt? Das ist so die Frage. Ich weiß nicht. Hätte man das jetzt da rechts sehen können, das ist wahrscheinlich nur eine Kackmünze, ne? Äh, okay. Hat sich jetzt etwas Zeit gelassen. Buh, 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 Nee, nicht. Genau, erstmal hier. Da habe ich mich erstmal für die richtige Seite entschieden. Söldorf würde jetzt sagen für die helle Seite, aber nee, nee, nee. Söldorf, mit dem will ich nichts zu tun haben. So, hier wieder schön hoch. Das ist aber natürlich nur so, wie wir, ein bisschen Fake. Fake-Wasser. Eigentlich soll das ja der Weltraum sein und das soll die Weltraumphysik darstellen. Den brauchen wir natürlich wieder, weil wir haben in der letzten Folge mitbekommen, dass der da so ein bisschen was aufsprengen kann. Okay, das war aber knapp. Ich habe mich jetzt schon angegriffen gesehen und hatte schon vorm, wieder meine verbale Keule auszupacken. Warum macht man das hier? Musstest du den Wasserpixel irgendwie wechseln oder was? Ach nee, jetzt gibt es auch wieder solche Röhre. Ich meine, das ist cool. Röhrennen. Es ist cool, dass man hier keine wirkliche Ladezeit hat. Also gewisserweise schon, aber dass man richtig sieht, wo das lang geht. Ähm, okay. Aber wobei, warte mal. Ja, ich kann nicht das wechseln. Das ist aber eine Lenkrakete. Gut, das bedeutet dann natürlich, dass du das wegballerst. Ui, 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 ui. Ach nee, oder... Warte, 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 warte. Das funktioniert ja gar nicht. Ah, ah, okay. solche Steine sind das, alles klar. Dann holen wir uns mal den Puschelschwänzchen. Und, warte mal, da geht es ja gar nicht weiter. Gib mir mal, scheiße, dass ich jetzt das Ding nicht habe, ich kann mit denen ja besser schwimmen. Achso, hier brauchen wir dann, warte mal, so, da brauchen wir dann die Rakete, rote Rakete, rote Rakete, hieß es doch ins Hauspark. Hihi, hu, hu. Oh. Achso, das war dann das Level, alles klar. Stimmt, ja, wir sollen irgendwie so einen Stern holen. Wir sind auf einen Stern gesprungen, um einen anderen Stern zu holen, mit dem sich die geheime Basis irgendwie aufdecken kann. Oder irgendwie sowas. Sieht mir jetzt nicht ganz so geheim aus, aber vielleicht ist es ja noch ein wenig hin. Und das ist jetzt nicht das letzte Level. Das sieht man ja. Oh nein, ein Wanderlevel. Zeit für Themen. Äh, ja, nee, sorry, ich hab grad nichts. Ein andermal vielleicht. Lasset uns doch... Ich hab Bock auf dich, tatsächlich. Mitnichten bin ich mir des Schadens des Schadens Koscha Koscha Badoscha des Kanonilainis ist des Peaches Unheil Untergang. Denn ihr würd da ganz... Warte mal. Ach, nee. Angst und Bang. Äh, nee, doch! Woher? Woher zum Auschwitz-Männle soll ich das wissen? Here we go! Ich werd jetzt nicht auf Laden drücken, weil ich glaube, dann werd ich wieder am anderen Level. Das ist... Das ist... Das ist ein Running Gag in diesem Hack. Ohne Scheiß. Weil da... Hättest du da nicht ne Wand hinmachen können? Jetzt mal ganz ehrlich. Ja, das hätte wahrscheinlich nicht zur Ästhetik gepasst, aber mir doch scheißegal. Ich will doch einfach nur überleben. Oh, die shit, ey. Des... Des Ästhetiksschmach ist des Peaches tot. Und damit meine ich den richtigen Tod und nicht den... mit dem Pilzkopf. Ja, da würde man ja wahrscheinlich auch eher tot sagen. Das hat so... so ein Oh schwingt er mit Oh no, tot. Oh ne, er ist tot. Jetzt wollte ich schon sagen, was kommt denn jetzt hier? Aber klar. Äh, äh, was heißt klar? Also so offensichtlich war das jetzt nicht. Dead pestering Princess Peach has breached my defenses. Ja, diese behinderte Prinzessin hat, äh, meine Verteidigung durchbrochen. Mein Plan ist so weit gekommen, ich kann jetzt nicht, äh, fehlschlagen. ich kann jetzt nicht, kann jetzt nicht alles hier kaputt gehen. Cooper Truppe haltet sie auf! Gezeichnet King Cooper oder wie oder was oder wie was? Hat er, hat er, hat er das, hat das jetzt irgendjemand gesagt und wahrscheinlich ging jetzt so der, der Brief rum. Rundmail verschickt. Gmails wurden zugespammt. Oh. Das ist jetzt natürlich geil, ne? Das gefällt mir. Das Lied ist ein bisschen krasser, schneller, das Scrolling Level ist schneller. Das ist doch mal, ups, das ist doch mal was hier. Speed Scrolling Level. I like, I likey like. Aber Likes kann ich ja diesem Hack nicht geben und den Bombies auch nicht. Bomben brauchen keine Likes, sie brauchen vielleicht etwas Liebe, damit sie nicht so schnell in die Luft gehen. Bomben sind eigentlich nur hysterische Kreaturen, okay? Oder Borderline Kreaturen. Man, man, man muss halt vorsichtig mit ihnen umgehen. Das hier ist echt krass, ne? Gut, jetzt mit den Kanten, ja, das ist halt schwierig, weil, wann, habt ihr vor, gerade haben wir das Thema gehabt, aber wir haben ja über Bomben geredet, nicht über, äh, Kanonen, Kanonen sind einfach, ohne Checkpoint, Kanonen sind einfach unfaire Bastarde, ja, das sind so die, ach, keine Ahnung, jetzt hat sich's ausgewitzelt, dass ich jetzt 0,1, hab ich, hab ich ein Checkpoint übersprungen? Also, ich fand, ich hab jetzt, bis jetzt eigentlich nicht so mega krasse Checkpoint aus der Zerritäten. es ist so lahm, Leute, ey, also, ich glaub, heute ist auch so, so, wieder so ein Tag, also, für mich ist eigentlich immer noch derselbe Tag, aber ich hab auch so ein bisschen das Gefühl, dass man mich hier wirklich rausmobben will, versuche ich die Mentalität zu haben und sagen, zu sagen so, jo, Leute, ich mach dat, ich mach heute nochmal 3, 3, 3 und dann geh schlafen, aber, nee, da, da kommen dann auch einfach Level, äh, da, da, da will man, will man mich auch wirklich, äh, ausrasten sehen, glaub ich, so. Gut, dann, ich mach jetzt hier einfach ein Safe State, ne, also, wenn du meinst, dass du das so machen willst, dann mein ich auch, das so machen zu müssen und dann hat sich das. Weil das, so, ja, das mit den Kanonen, das war halt wirklich komplett für den Arsch. Weil man, ich, also, habt ihr nicht auch erwartet, dass die sofort schießen? Weil es hat richtig, richtig, äh, richtiges Orchester-Flair, das Lied, ne? Richtig HD, Mann. So sähe Mario auf der Playstation 4 aus, hoi, ja. Fucking Remaster, Mario Bros Remaster, ja, äh, ja. lustig, vorhin haben wir es geschafft, jetzt nicht, aber es ist natürlich auch gut, äh, das mal unten sehen zu können, ne, da könnte, man könnte theoretische Reife unten langlaufen. Ja, machen wir dann vielleicht in der nächsten Folge von Let's Play Peaches Adventure. Bis zum nächsten Mal, see ya. grey